Auf ein Stück deutsche Geschichte kann man derzeit im Eibenstocker Rathaus treffen. Im Verwaltungsgebäude ist die Ausstellung »Die DDR zwischen Repression und Widerstand« der sächsischen Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zu sehen. In acht in sich abgeschlossenen Kapiteln wird die Geschichte der DDR erzählt. Persönliche Schicksale geben der Präsentation der Geschichte ein Gesicht. So gab es am ersten Ausstellungstag, dem 24. Oktober, im Ratssaal auch ein Zeitzeugengespräch mit Wolfgang Lötzsch. Der ehemalige Leistungssportler war aus dem staatlich geförderten Sportbetrieb ausgeschlossen, sabotiert und bespitzelt worden. Die Ausstellung »Die DDR zwischen Repression und Widerstand« kann im Rathaus Eibenstock bis zum 3. November besichtigt werden.